Hallo liebe Leute, da sind wir auch mal wieder, bei einer eierhaltigen Runde, LAL! Ah, das ist super! Ah, das ist super, wir machen heute die Ender-Super, wir machen heute Portal 2. Portal 2, weißt du? Da kann man ein Auto bilden. Neue Automarkt, ein Auto ist Portal 2, weil du Portal bist, weißt du? Da kann man sich dann fortbewegen, weißt du? Da kannst du einfach mal zweimal machen und dann kannst du da einfach durch und dann kannst du ganz schnell weg. Oh Gott, oh Gott, das ist furchtbar. Ah, da kannst du einfach mal in der Tür ein, weißt du? Da kannst du gar nicht drüber langdenken, weißt du? Warte, ich hab's nicht alle Worte, ey! Wenn man auch noch versucht, in der Dialekt schnell zu sprechen, dann bist du bekloppt. Ich dachte, ihr freut euch mal über eine kleine Herausforderung. Ach, du Kacke, okay, was macht der Knopf hier? Äh, geh nochmal runter. Hä? Da hinten irgendwas! Da unten! Da unten! Ach, im Inverter wieder! Ach du Kacke, ich hab jetzt schon wieder keine Lust mehr! Oh Gott! Nichts Ziel! Da drüben ist auch was, aber da kommen wir nicht ran! Aha! Nee, nee! Was? Hä? Nicht? Vielleicht da unten drauf dann! Dann kannst du da irgendwie nach oben oder sowas machen, weil da ist dann... Kann ich hier ein Portal machen und äh... Moment, warte mal! Ich mach mal da ein Portal! Dann kannst du da irgendwie rausfallen! Ich glaub, dass ich da rein muss! Ich glaube ja! Da rein? Ja, ich muss da hinten rein! Guck mal, ich kann aber auch ein paar Teile, dann kannst du rausschießen oder so! Keine Ahnung! Ach, ich lass dich jetzt einfach! Fahr halt! Fahr! Einfach nur Zeit verbraucht! Nö! Niemals! Kann ich hier oben gleich rein? Nee! Aha! Ich hätte vielleicht da rein gehen müssen, weil äh... Dann hätten wir zu zweit oder sowas! Jetzt sind die Portale ja weg! Naja! Jetzt kannst du da auf den Boden irgendein Portal schießen! Und dann halt... Wihihi! Ah! Pass was auf! Ja, da ist ja nichts! Da unten kann man ja überleben! Äh... Was für Nutzen hat das jetzt? Äh, doch! Doch, 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 doch! Schieß du mal hier im Portal hin und hier im Portal hin! Und ich mach hier eins und hier eins! Ah! Super! Und zack, weiter geht's! Das hat doch perfekt geklappt! Perfekt! Perfekt geklappt! Perfekt! Oh, oh! Oh! Ah! Du, jetzt musst du den Invert anmachen, glaub ich! Ähm... Hast du ihn nicht rausziehen lassen? Ja! Ja! Ich sterbe! Ich sterbe! Invert an! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Okay... Jetzt ist es über dir eins! Ich glaub der Invert bleibt auch an! Nee! Über dir! Achso! Okay! Invert aus! Und dann links! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! 었던 Moral! Oh! Pass auf! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! tes Samm fins! Warum? Und dann ist es ein Stampfding. Das wird.. das wird jetzt ganz schwierig. Okay. ¿Kommt das?! Das kommt runter! Das hätte ich auch grad in... ich hab es grad gesehen in dem Augenblick wo du da warst! Fuck! Also wir wissen das zusammen, was wir machen! Ach so! Ich muss dich da durchmanövrieren und du musst dann immer jeweils die Portale schießen. Okay, das wird lustig. Teamwork ist angesagt. Also okay, das kreere ich hin. Gucken wir mal. Okay, aber das hat ja bis dahin auch nicht schlecht funktioniert, sag ich mal. So, Invert muss an. Okay. Und ich glaube, hier muss er wieder aus, genau. Wird aus. Okay. So, und jetzt musst du mich hier durchmanövrieren. Du musst jetzt den Invert immer wieder an- und ausmachen. Okay, und... Warte, 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 warte. Jetzt durch. Jetzt durch. Okay, 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 okay. Klapp, 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 ah! Nein! Oh, oh, was? Oh, du lebst noch. Du lebst noch. Ah! Okay, ich hab's außerdem in das falsche Portal geschossen. Ich muss mir merken, dass ich immer nur rechts... Immer nur rechts. Ach so, okay, gut, das ist natürlich jetzt alles... Gut, gehst du jetzt einfach nochmal durch? Wunderbar. Oh, ich bin gerade ein bisschen durch den Wind. Ja, ja, das ist alles auch nicht so einfach. So, jetzt, immer nur das rechte Portal, Sven. Okay. Äh, Invert an. So. Deiner Perspektive will ich auch gleich mit sehen, ich halte die ganze Zeit Tab gedrückt. Okay, Invert aus. Genau. Und aufpassen auf das Ding. Du musst jetzt inverten und losmachen. Okay, los, los, los. Los, 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 los. Gott, 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 Gott. Okay. Oh, das ist knapp. Nein, natürlich. Oder? Doch noch. Komm gerade runter. What the fuck? Ja, du musst da... Da kommt noch eins, so ein Ding, ne? Ja, ja. Aus, aus. Okay, hoch. Hoch, 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 hoch. Oh, nein, 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 nein. zu spät ich weiß was guck mal du siehst doch gerade mein portal ja du musst da oben eins schießen hier das da ja der weniger weißt du war jetzt schon mal du musst doch jetzt schon oder das macht gar keinen sinn damit du dann dich am ende runterfallen lassen kannst von da nach unten und dann schießt darüber und das ist echt ja wie soll ich das machen ich weiß nicht jetzt ehrlich wie solchen das ich brauche jetzt zwei portale das geht ja gar nicht ich muss es ja irgendwie weitergeben wie kommst du denn darüber ja aber lassen wir es noch mal auf uns wirken hier das wird okay okay ich lasse es mal die perspektive aus kann ich nicht besser konzentrieren und in wird aus und aufpassen jetzt kannst du ausmachen kurz ist eh so wie geht das jetzt ja das weiß ich auch wie geht das jetzt muss man da oben gucken jetzt muss ich nur hier bewahren also runter 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 jetzt hoch okay und in wird an in wird an noch muss es sind oder so so oder wie portale schießen hau hau knappe küste knappe kiste So, das habe ich geschafft. Und jetzt? Ah! Äh, zack. Invert an? Ja, ja. Dann achte, kommst du da hinten wieder raus. Äh, warte. Da ist irgendwas falsch, oder? Ich glaube, das Ding geht jetzt kaputt. Nee. Was ist denn bei dir los? Ja, ich weiß es auch nicht, ich komme nicht durch. Oh Gott! Was ist denn los? Jetzt geht es unten, nein, Moment. Invert an. Ich komme nicht durch. Ich verstehe hier gar nichts mehr. Mach in, lass invert an. Lass invert an. Ja, aber die Kiste fliegt zu uns vorbei. Ja, aber ich muss ja irgendwie erstmal, warum komme ich nicht durch? Nein! Ich mache nochmal invert aus. Lass dich nochmal zurück trudeln. Die Kiste auch ein Stück. Geht schon irgendwie. Wie kistest du weit? Am besten, dass du die Kiste irgendwie in der Hand behältst oder in der Nähe bleibst, auf jeden Fall. Ja. Sonst ist die da am Ende kaputt bei diesem komischen Strahler. Geht los. Muss da irgendwie gehen. Kann ich sein, dass ich jetzt plötzlich hier drin festhänge? Ja, ja. Hä? Was ist denn das ein komischer Bug, ey? Oh, ich komme nicht durch. Vielleicht das Portal von innen nochmal neu schießen? Ja, habe ich eben schon. Ich gehe dich nochmal zurück. Haste eben schon. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, nochmal. Was ist denn das? Geht nicht. Warum nicht? Ich kriege davon Kopfschmerzen. Mach mal zurück bitte. Äh, warte. Am besten die Kiste durchschlenkern lassen und dann bringst du dich um oder so. So, hoch. Ich muss den ganzen Weg wieder zurück, glaube ich. Meinst du? Ja. Muss doch auch so gehen. Ja, anscheinend nicht. Dann hast du die Kiste durch. Schau mal, den Invert aus. Ja, du musst die Kiste doch auch irgendwie bekommen. Ich nehme sie dir hier entgegen oder sowas. Okay. Warte. Da ist Kälchen. Das geht. Sind wir das an. Pass mal auf, kannst du ja mal, wenn die Kiste gleich bei mir ist, zeige ich dir, wie ich es meine. Das geht. Wenn sie dann hier oben ist, dann kann ich, äh. Ach so. Kurz warten, kurz warten, kurz warten. Meinst du, das kriegst du hin? Na klar, na klar, na klar. Pass mal auf. Gut. Ja, du lässt sie noch ein bisschen durchlaufen. Ein bisschen durchlaufen lassen. Dann. Dann habe ich alle Zeit der Welt. Oder auch nicht? War der auch lustig. Ich habe alle Zeit der Welt. Ich glaube, die ist auch zu weit mittig. Ich glaube, ich komme da nicht ran. Ne, ne, das geht schon. Das ist so früh, glaube ich, oder? Ah. Nein! 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 Fuck! Mach ich denn jetzt? Ah, natürlich, doch, das geht. Doch, das geht noch. Okay. Ne. Mach ich denn das jetzt? Und du kommst nicht mehr hoch? Äh, doch, kommst du? Indem ich, äh, ne. Oder? Komme ich denn jetzt hoch? Aha, verdammt. Das war dämlich. Ähm. Okay, ohne die Kiste musst du hoch. Und zwar, du machst dein gelbes Portal hier hin. Ich will die Kiste aber mitnehmen. Ja, geht jetzt aber nicht mehr. Machst du mal die Kiste weg. Und da, kaputt. So. Hä? Achso, du kannst jetzt hier links runter. So. Ja, das geht ja doch. Okay. Haben wir sie. Ja. So, nur wofür? Ja. Im Grunde genommen muss ich jetzt erstmal sterben. Jung. Ich glaube, du musst hier drauf. Darf ich jetzt erstmal sterben? Ja. Ohne deine Hilfe wird das nichts. Achso. Dann stirb mal. Ach, warte mal. Doch, ich kann hier Portale schießen. Lol. Okay. Die Turit zurück. Probieren wir es mal so jetzt. Ob du vielleicht hier durchkommst. Ja. Ich vermute zwar nicht, aber... Die Turit steht im Weg. Doch. Lol. Okay. Das funzt. Da kommt doch eine kleine Spinne. Okay, das... Ah, genau. So. Dann bleibt jetzt nur noch eins. Und zwar... Mach das mal weg. Guck mal runter. Nicht unbedingt auf mich drauf. Okay, was hast du vor? Irgendwie, dass wir dann da so, weißt du, mit der Kiste vielleicht rüberschießen. Dann da brauchen wir die Kiste auf jeden Fall. Echt? Ich bin leider nur zerschossen. Jaja, da drüben ist ein Loch für die Kiste. So ein Behältnis habe ich gerade gesehen. So ein Auffang-Ding. Ah, nee, nee. Das müssen wir aber wissen, wie wir das machen. Weil nicht, dass wir die Kiste nochmal holen müssen. Moment, ich probiere es ein paar Mal aus. Bis es funzt. Okay. Das war ein gerades Loch. Möglichst weit so. Und ein gerades Loch möglichst weit so. Das muss funzen. Wenn ich gerade falle, fliege ich auch gerade. Und passt genau perfekt drauf. Jupp. Perfekt. Mit der Kiste zusammen und dann geht das schon. Oh Gott. Oh, okay. Sehr gut. Geschafft. Oh, wow. Das war eine Tortur, ey. Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss der Standardstrecke. Ehe wir weitermachen können, müsst ihr noch einen Test außerhalb des Standard-Testverteils. Abschluss abschließen. Bitte vermeidet dort draußen diese albernen Gesten. Hat sie sie verbeobachtet? Das ist aber gemein. Ich mag die benutzen. Ich auch. Wir machen es einfach. Ja, wir machen es einfach. Das hat uns gar nichts sagen. Steinpapier, schere. Komm. Ja, das ist nämlich nicht unsere Mami. Echt mal, ey. Die hat uns gar nichts zu sagen. Die Stinkertante. Nämlich keine Mami, ist eine Stinkertante. Ist eine Stinkertante. Oh, je. Hab ich als Kind immer gesagt, wenn irgendwie jemand so stinkig war. Das war ein Stinker, Onkel. Die Menschen müssen es versehentlich von meinem Netz getrennt haben. Sicher nur ein Verwaltungsfehler. Ja, die Verwaltung. Oh, je. Mal gucken, wie es jetzt wird. Wir sind ganz schön ruhig geworden. Ja, ja. Wir müssen uns konzentrieren, weißt du? Ja, wir müssen uns dezentrieren. Ich... Oh, je. Fischen ist das Ding irgendwie nicht so gut wie wir. Ah, guck mal, da drüben können wir runter. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Ist es auch nicht. Weil ich bin auch tot. Du hättest da unten dein Ding ins Hinschießen müssen. Ja, ja. Hui, hui. So. Bang, dang. Du machst du das? Okay. Du bist besser. Ich bin besser. Aber vorher? Du bist besser als du. Zeit für ein Duell. Och, Manu. Ich bin zu weit weg. Und erreicht. Oh, jetzt gewinnt er ständig, der Penner. So. So, rein da. Okay, Subi. Ja, wie gesagt, Leute, wir müssen uns schon ein bisschen konzentrieren und dann geht das schon. Ach, du, meine Güte. Siehst du das? Was? Wie sollen wir denn das machen? Äh, wow. Also erstmal müssen wir uns hier runter schießen. Und vor allem, guck mal, jetzt ist die Tourist. Ja. Ha. Oh, der war gut. Nur. Äh. 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 Oh, gut da. Nein, nein, hier, müssen wir durch. Oh, gut da. Oh, geschafft, geschafft. Ich dachte schon, wir sterben. Ey, das war so ein richtiger What-the-Fuck-Moment gerade. Auf jeden Fall. Oh, heftig. Okay. Also, das ist schon mal so. Viel cooler. Hä? Nein. Ich weiß schon wie. Da oben. Und, oh. So. Da. Und, genau. Weee. Na, ihr Hübschen. Na, ihr Hübschen, ladies. Ich werde abgeschossen. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, nein. Ah, ha, 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 ha. Äh. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Oh. Ich auch. Ha, ha, ha. Und jetzt? Verdammt, ich weiß es nicht. Ach, hier. Rüber wahrscheinlich erstmal. Echt? Äh, jo. Okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. Ha, 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 ha. What the fuck, ey? Ey, ich bin so aufgeregt Ähm, oah, die kommen hier hoch Ja, das ist eine Turret Schießt bis hier hoch Ach guck mal, zack, jetzt so Und das hoch und dann sind wir da drüben Rinder, oah Okay, Rinderfilet Oh, pff Okay Ah doch, funktioniert, ne? Wunderbar Hä, hätten wir hier nicht hinlaufen können? Nee, irgendwie nicht, scheinbar Okay Oh, ich bin grad so durcheinander Und jetzt, äh, den hier Äh, schon geschafft, oder was? Nee, nee, wir gehen noch weiter Zumindest, meiner, bescheidener Ich hoffe, da kommt jetzt nicht wieder irgendein Turret Gamer-Turret, ja Ah, wir müssen hier raus Ja Doch schon durch Jawoll Okay, das war, das war aber wirklich einfach Das war einfach, aber aufregend wegen der Turret Irgendwie machen uns die Turret gar nichts Oh, Augenblick sind wir das nicht Portalschwebeling und Turret, okay So wie hier Okay Aha Was auch so Stuppe Nein, nein, nein 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 Ach, verdammt Das Problem ist, wo kommst du wieder? Hier Achso Ah, ja, 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 das ist gut Also da muss auf jeden Fall einer hin Ja, wir brauchen Ja, wir brauchen Da unten Das Und So So Mach ich den Den so Genau, und den anderen Äh, so Oh, und das können wir hier durch Genau Guck mir für bekannt vor sich, aus wie der Raum von eben Oh Gott Unter uns sind nur Nadeldinger Und ekelhafte Dinger und Kacke So, und jetzt Ekelhafte Dinger und Kacke Äh Ähm, ja Wir müssen uns weiter orientieren Ach, da unten Da unten Genau Wow Wow Oh, 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 oh Hold die Mauer, 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 hold die Mauer Ey, was soll ich denn machen? Nein Shit Was soll ich machen? Ich hab nichts gesehen. Ich weiß es auch nicht. Oh man. Das wird spaßig. Aber guck mal, hier sind immerhin die Tourettes schon abgeschalten links. Ach du bist auch hier? Das heißt wir können ganz entspannt schon mal wieder den machen. Die machen wir auf jeden Fall auch noch mal irgendwie, ja. Ach warum sind denn die Tourettes hier weg? Das wird spaßig ey. Okay das ist aber gut. Das war jetzt ein bisschen blöd. Jo. Ich wollte jetzt schon schießen aber ich hab gesehen du bist doch über den Stachel. Das wäre witzig gewesen. Oh. Ich hab die falsche Mauer oder? Ne ach richtig genau. Die müssen runterfallen genau. Äh uah. Funzt. Funzt. Ja es funzt auch wenn ich nicht weiß ob es richtig ist. Ist mir egal. Wird irgendwie schon richtig sein ja. Inset Disc. Oh sehr gut jetzt müssen wir wieder eine Disc kriegen. Ich weiß noch nicht wo die ist aber wir können mal. Hinter dem Tor wahrscheinlich. Keep six two zero two offline. Hier ist die Disc ich hab schon zweimal gehabt jetzt kannst du die zweite mal. Mach doch. Nimm. Nimm. Oh du hast voll niedlich drauf gezeigt. Zeigt meine auch so drauf. Ja ja ja. Da 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 da. Oh es ist putzig. Das hab ich noch gar nicht gesehen. Keep 62.2 offline. Geschafft. Das System hat wieder Strom. Ich bin voll verbunden. Verliere ich dauernd. Ich kann alles sehen. Und es ist nichts passiert. Sehr schön. Okay. Hat sie gerade gesagt jetzt kann sie alles sehen? Ja ja. Ich weiß auch nicht. Oh je ich hab ein bisschen Angst vor Glados. Glados ist gruselig. Aber die Folge ist auch schon wieder vorbei Leute. Echt? Ja. Oh. Na dann. Na dann. Aber komm. Wenigstens haben wir das Level dann geschafft. Richtig richtig. Wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube wir sind auch ganz durch ne. Ja stimmt. Ich glaube mit dem normalen Standardtest haben wir es geschafft. Jo. Hinterneslauf. Errungenschaft freigeschalten. Beigeschaltet. Zu diesem Anlass habe ich eine Überraschung für euch. Eine besondere Bonusstrecke an deren Ende wir Menschen finden und befreien. Oi. Oh. Dank euch weiß ich wo sie sind. Ich habe schon alle Sicherheitsmerkmale deaktiviert und zu den äh Notausgang aktiviert. Alles was ihr zu tun habt ist die Menschen zu befreien. Da oben kommt der Wand hinzu. Ja. Die 5. Krass. Okay. Dann haben wir das noch auf jeden Fall. Extra Strecke. Es geht weiter aus dem Fall. Das ist auch das jetzt Schluss wäre aber ist gut. Dann haben wir noch ein bisschen was zu tun. Umarmung. Oh. Wir haben uns nur zweimal bisher umarmt. Oh. Oh. Was machst du da? Weiß nicht. Ah doch. Ist nicht falsch. Nicht falsch. Ist nicht falsch? Ne. Na. Ohohoho. War knapp. Und jetzt? Ach da ist ein. Ah. Hab ich gar nicht gesehen. Aha. Huiiii. Dann sind wir jetzt hier hinten. Genau. Ich kann hier das nächste Mal fortsetzen. Jo. Oh. Guck mal. Neue Portale. Oh Gott. Das sind nochmal... Sind das alles Level? Eins, zwei, drei, vier, vier... Vierzehn Stück? Oder was? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Eieieiei. Also haben wir auf jeden Fall noch einiges vor uns liebe Leute. Oder es sind nur sieben. Naja. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Sieben sind auch auf jeden Fall eine Menge. Genau. Wir sehen uns dann aber trotzdem beim nächsten Mal wieder an der Extrastrecke hier. Wo wir die Menschen befreien. Mal gucken ob es stimmt. Wir wissen es nicht. Ich hab noch nie Koop gespielt. Ich hab noch nicht mal die Singleplayer von Portal 2. Portal 1 hab ich damals durch. Ja. Das war auch schon gut. Aber der zweite Teil war fand ich von den Rätseln noch cooler. Aber... Und von der Story her fand ich die... Koop hab ich ja wie gesagt nur mit dir gezockt. Jo. Und ja. So weit waren wir noch nie. So weit waren wir noch nie. Gut Leute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. smellsags... What am L atenção jetzt? PODDL2, PODDL2, mit PODDLIBALZEN! Es ist ein Bau von Kachelnetfon im L hooked. Gut. Tschö fellows. Achso, ciao! Tschö. Oh, schön. Schön, schön. So... Jetzt aber. Äh... Was? Ich weiß nicht. Hast du immer noch nicht ausgemacht? Ich trau mich nicht. Ich weiß nicht, ich trau mich nicht auszumachen Hätt Access cannot…. Nu. Okay, just so.